Ihre Kunden sind von ihren Mitarbeitern vorschriftsgemäßes Arbeiten gewohnt. Aber was ist, wenn sie vor Ort mit einem Problem konfrontiert werden, bei dem besondere Richtlinien oder Normen gelten? Alle VDE-Handbücher haben ihre Mitarbeiter vermutlich nicht immer griffbereit. Und im Fall der Fälle, die entsprechende Vorschrift einfach mal zu googeln, ist auch keine verlässliche Lösung. Bleibt also nur der Anruf im Betrieb, doch der kostet sie Zeit und damit Geld. Denn bis die richtige Vorschrift und dann der Abschnitt dazu erst einmal gefunden ist, geht viel Zeit verloren. Wie wäre es stattdessen, wenn man alle wichtigen Vorschriften immer bei sich hätte und einfach nachschlagen könnte? Der Sone-Paar E-Helfer macht das möglich. Er bringt den Großteil aller Normen und Vorschriften in einer verständlichen Interpretation direkt auf Ihr Smartphone. Übersichtlich sortiert nach Anwendungsbereichen. Egal ob Wohnhaus- oder Arztpraxis, Baustelle oder Kindergarten, Ihre Mitarbeiter haben alle Interpretationen immer griffbereit. Das Beste ist aber, die Vorschriften werden von Sachverständigen in einfacher Sprache zusammengefasst und sind dank automatischer Updates immer aktuell. Somit sind sie für jeden leicht verständlich und dabei präzise und korrekt. Damit gehen Sie und Ihre Mitarbeiter auf Nummer sicher. Sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Nerven. Mit dem Sone-Paar E-Helfer. Weil es auch einfach geht. Weitere Informationen erhalten Sie unter sonepaar.de slash e-helfer oder bei Ihrem Sone-Paar-Ansprechpartner. Oh right, hold'r Fascinating. Wir schauen sie einfach nach.